die Hütte stehen noch sieht es aus wie so ein Bungalow ein Bungalow Bungalow sind cool ja zum Beispiel da wo wir Tokstens so ein paar Leute drin gefeiert haben ja das war auch cool und wir springen jetzt ja Creeper auf meiner Butze waren wir da bestimmt noch nein waren wir nicht guten Tag ich mein aber auch auf unserer Klassenfahrt die Bungalows an sich waren auch cool die ja die Bungalows an sich waren cool das stimmt mau ba-ma-ma-ma-ma-ma-ma aah uch da ist i ne Hepse i se ekelhaft vor sie hässlich nä wo sowas häss äh hässliches sowas ess ich nie ich wollte hässlich ekelhaft kreuzen wir brauchen bald neue Gehege für die Tiere die sind fast zu klein so kannst du ja machen ja ok dann baue ich den ganzen Berg aus wenn's dir Spaß macht jeder wie er möchte ok wer hat grad vier Diamanten gefunden mhm hoh oh oh ey aw der Tobit sagt sie leidewap wup 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 komm mal mits wup 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 komm mit Äh, wohin? Ich hab keine Ahnung, wo bist du denn? Nicht bei dir Ich hab nur gehauen Weil der böse Bruder Ich grabe auf Höhe 11 und search for Diamonds Mach mal so Das ist voll scheiße mit dem Nether Wenn die jetzt mal durch ein neues Portal rauskommen Nicht jedes Mal Wieder da Lollo warst weg Ich hab gesagt, dass ich weg bin Aber warum Hört ja keine Ahnung Wo warst du denn? Wo warst du denn? Ich war auf Klo und sollte unsere Fernbedienung in den Also von der Garage in äh Fabi auf dem Kasten Soll ich ein Foto machen? Gerne Wie war's denn so? Erleichternd, oder? Ja Also ich wäre noch eine halbe Stunde dabei Dann würde ich gerne laufen gehen Alles klar Kein Spaß Halt die Fresse Fabi braucht auch einen schönen Schlaf, ne? Ganz dring Weil ich doch schöner als Schlaf Ja, ich krieg zu wenig davon Deswegen seh ich so aus wie ich aussehe Das sieht so gut aus Ohhhh Das Kompliment kann ich nur zurückwerfen Ohhhh 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 Oh mein Gott Was machten die jetzt alle? Ich strip meinen grad ein bisschen Um ein bisschen Diamanten zu finden Lass grad wieder Enten rummachen Ich glaub ich komm mit Chorf Boah Fal aut Ich will nicht dazu kommen Oh lol, da ist Gold. Fuck, jetzt war ich einmal oben, jetzt hätte ich mir nochmal Fackeln mitnehmen können. Ah, ich hab grad ein Stack dabei. Hatte ich auch, aber das hat mir nicht gereicht. Sieht mir immer in meine Hose aus, ey. Nein, nur die Hose, nicht die Boxer. Keine Sache. Loll, das ist verarscht, wenn ich hier war. Vom Arsch. Vom Arsch. Ja, da war der Fabi. Loll, ich bin ja ernst auf die ganze dran vorbeigerannt. O-M-G. Woran? Ich bin ja hier die ganze Zeit in der Höhle dran vorbeigerannt und dann sehe ich grad, ich war ja in der Ecke und da ist ja der eine Ausgang um die Ecke. Ähm. Ich war in der einen Ecke und der Ausgang ist um die Ecke. Hm. Hier ist der in Gang, Tobit. Ist ja gar nicht. Meine Maus ist leer gegangen gerade. Doch, sehr wohl. Wahrscheinlich eh auf Höhe 13 irgendwo, ne? Ne. Jaja. Jaja. Zwei Tiefen. Geh nicht. Wetten? Habe ich eben sogar gesagt hier auch. Wärst du da gewesen, hättest du's gehört. Also, heul nicht. Hier ist ein Gang. Der wurde aber wieder zugebaut oben. Nein, ich hab nichts zugebracht. Och komm, das geht mir nicht auf den Sack. Äh. Eins tief. Wie meinst du so Fertz nehmen würde, wenn so ein Humpi dir auf den Sack rumlaufen würde. Leum, ist grad was neues aufgefallen. Was denn? Ich hab keinen Sack. Nein. Ne, das hab ich schon vorher aufgefallen. Wenn Tiere miteinander rummachen und ein kleines Kind kriegen. Kleines Kind? Kriegen die großen Kinder auf? Ja, ein Baby kriegen, dann xxp. Ist aber schon vor lange so... Mir ist das aufgefallen. Was ist dir aufgefallen? Äh, wenn du zwei äh... Tiere miteinander rummachen lässt, dann kriegen die Baby und da äh... Wenn du Baby kriegst du xp. Ah. Ah. Ja. Markus ist lol, das ist ein Zombie. Markus ist lol. Da hast die Frage, machst du das genau... Daher! Kann ja gar nicht sein. Äh, ich hab auch schon... I follow, I follow you deep sea baby. I follow you. Wem gehört das goldene Pferd? Was? Das goldene ist meins. Das schwarze, ne? Nein, das goldene, der braune. Das braune ist meins, das braun-weiße. Achso, ne, ich hab ein schwarz-weiße. Wir haben jetzt zwei schwarze und zwei braune. Ja, das schwarz-weiße mit der silbernen Rüstung ist meins. Meins ist das mit der goldenen. Ja, ja, juhu. Kommt da komplett Sand hinter? Ja, kommt da. Zack, 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 zack. Wer hat die Ente bei den Kühen mit rein getan? Ja, hier, der Meisterbauer. Der hat irgendwie alle zueinander gewürfelt. Hier kommt noch die Erde-Külle-Enden. Wie ist hier kein Zaun bei den Kühen? Ja, frag den Meisterbauer. Lass mich doch. Können wir da rein kommen? Ach, hier soll man reinkommen. Ganz links. Wie ist das? Ohhhh. Können wir fackeln rein, sonst spawnen da gleich noch wat. Die Creeper und alle sind tot. Fütter die alle durchgehend. Seh nicht. Ich kümmere mich am meisten um die Tiere. Mit Schafen musst du dich kümmern. Lop. Kann ich jetzt die großen Kühe wieder töten. Nein! Ich geh aus dem Weg. Ich wollte ein paar Bücherregale machen, damit ich verzauern kann. Ja komm, Markus, sonst hau ich dich gleich. Das schwöre ich dir. Das ist cool, dann geben wir endlich wieder Sandbauer. So, warte. Letzte große Kuh. Sorry. Boah. Komm, das reicht. Du brauchst nur noch ein paar Kühe, Fabi. Ey, ich hab die Schleimbelli hier, sehe ich gerade bei mir. Das war 8 holes fett, was du fast gekühlt hast. Das ist eine große Kühe, wenn nächstes. Nee, das war Fabi. Warum? Da sind doch genug kleine Kühe jetzt. Boah, ich mach jetzt einen großen Kühstall. Ich habe genug kleine Kühe jetzt. Ja, du kannst die Kühe gern... Scheiße. So. Ich verarsche, dass ich jetzt von 6 Kühe nur 3 Leder bekommen habe. What? 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 4 Creeper. 4 Creeper. Das ist noch eine. Oh Gott. Nee, doch nicht. Doch. 5 Creeper. Was meinst Großgehege für Kühe? Wir könnten eigentlich auch die Pferde züchten und die dann töten, um Leder zu bekommen. Oh, krass. Seid ihr blöd? Nein. Nicht, 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 nicht Pferde töten. Ja, wir können die ja züchten. Ja, aber wir brauchen die ja, wir brauchen ja die Vielfalt für, damit wir später mal einen Pegasi bekommen mit Glück. Was? Pegasus. Pegasus. Gibt's das überhaupt? Ja, das ist aber das... Nein, auch ohne Mod. Pegasus ist die höchste Zuchtform von den Pferden. Mach mal nochmal ein Buch. Drei Papier und ein Leder. Drei Papier übereinander und dann daneben Leder. Drei Papier, ein Leder. Du musst es in einem Quadrat anordnen, oder nicht? Na, wird nein. Wie macht man nochmal Papier? Drei Papier. Von links nach rechts. Achso. Unten nach oben, oder? Nein, von links nach rechts. Unten nach oben war das Bücherregal. Nein. Das ist auch halt von links nach rechts. Alter, ohne Spaß, wie man in der Wüste voll schnell Creeper mit... Da... Alter, wo ist das... Wo ist denn das ganze Zuckerrohr hin? Na, auch noch. Ja, das habe ich für Papier verwendet in die Map. Achso. Ach, es wächst ja schnell. Alter, seid ihr mal direkt neben so einem Creeper gestanden, als der hochgegangen ist? Ja, damit... Jaa... Nix anders davon. Jaa... Ich weiß nur einmal Survival Games. So mit. Alter, ich bin grad mega hochgeflogen. Das war eigentlich meine Schuld, Fab. Doch, das war deine. Ja. Ich war grad aufs 5. Nein. Ich hab'n Pferd. Jaa... Ich hab'n Pferd. Ich will's dann nehmen. Keine Ahnung, ist mir egal. Mein Pferd schlägt eh alle von euch im 1&1. Nee, das ist ja eine Lüge. Hast du gegen eins? Ich glaube, ich töte wieder ein paar Kühe. Janik, eins gegen eins. Nein, wir sind noch nicht fertig, Fabi. Pff, sonst musst du erklären, wer Janik ist. Janik, das ist ein... ein Schulkamerad, ein Freund von uns. Du tötest die Schafe. Er hat blonde Haare. Ist weder dick noch dünn. Eine gute Statur. Unglaublich gut aussehen und eis. Voll die Kante, ne? Nein, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Nein. Manche mögen ihn, manche mögen ihn nicht. Was passiert? Nie bei jedem halt, ne? Jetzt machen wir dunkel hier drin, dann geht's ab. Oh! Heißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Scheiß du bereit. Scheiß du bereit. Heißt du bereit? Scheiß du bereit. Scheiß du bereit. Oh man. Wie macht man denn nochmal Kürbiskuchen? Kürbiskuchen, ein Kürbis, ein Ei und ein Zucker in einem Dreieck an, also so in einem rechten Winkel angeordnet. Ein rechter Winkel? Fabi, weiß nicht was das ist. Kann ich das hinbekommen? Also Kürbis, Zucker und... Ei. 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 So. Kürbis, Zucker und Ei. Ein Kürbiskuchen! Wie viele Bücher braucht man für ein Bücherregal? Drei. Kann ich ja jetzt gleich nur erstmal eins machen. Kann ich denn... Ach den Kürbiskuchen kann man nur so essen, ne? Ja. Kann man nicht aufstellen. Ne, den kann man dropchen. Wir haben genug Eier und so, für normalen Kuchen und Milch kann man auch machen. Kannst du mal eine Torte machen? Wer ist eigentlich Koch? Naht. So was war ich denn jetzt kochen? Warte, kommt die Ausbildung als Kürbis. Krrr. Watt. Watt. Ja, genau so wie ich ja hier... Von welchem Essen bin? Von denen ich nichts weiß. Hast du für welchem Essen? Wo? Nein. Bewerb mich als Koch bei Maccas. Das Koch... Burger King ist eh best. Nein. Jetzt wären wir extra. Ja, ich bin Burger King eigentlich auch leckerer. Außer Big Mac, da kommt nichts drüber. Pizza mit Burger. Nein, Pizza mit Burger, hab ich nie gegessen.